was geht willkommen zurück zu dark souls 2 oh man ich brauche feuer oder brauche ich hier auch mal noch feuer oder ist hell genug ist eigentlich hell genug ich meine die stelle habe ich mal bei lisa gesehen kann das sein was bist du denn für ein ekel vieh ah feuer kann man aufhören mit diesem ganzen gift scheiß hier die ganze zeit zu spucken die krise hier ist gar nicht gut ich sage es euch hier macht es gar keinen spaß du weg weg feuer verbrenn ihn verbrenn brenn brenn oh man ich bin die ganze zeit vergiftet es ist hier noch ein finsternes geist komm her ich mach hier feuer wer will komm her kriegst voll auf die fresse what the fuck der mich ja voll hops genommen als ob ich vergifte als ob ich von dem ding getroffen werde und dann nix machen kann wenigstens wird der o getroffen von der scheiße wieso werde ich die ganze zeit vergiftet und er nicht weg weg ich kotze es ist so ekelhaft hier ich sage es euch weg war ich Bock haha vergiftet ist er nein 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 Nein, das war glaube ich dumm, oder? Bin ich eigentlich schon wieder vergiftet? Ach nö, ich habe gerade das fucking Ding genommen. Abfall, ich kotze, das ist alles scheiße hier. Ich hasse das Game. Und ihr fragt mich echt immer noch, wieso ich das Game nicht mag. Ich renne jetzt einfach durch, scheiß drauf. Hau ab. Der baut diese Gift-Scheiße, den killen wir jetzt. Der baut die Spucker die ganze Zeit. Ganzer Condi-Balken. Ich bin weg, na klar. Das war die Achilles-Ferse. Bis zum nächsten Mal. Und jetzt bin ich noch nie. Wie wär's mit Knickknack-Ärmchen ab? Oder ruckzuck hängt der Kiefer tiefer. Willi da? Ich bleib dabei, ne? Dark Souls 2 ist viel zu leicht. Also zumindest was die Bosse angeht, Dark Souls viel zu einfach. Was ist denn das denn? Kurz nicht aufgepasst, kein Problem. Guck mal, wie viel Leben der noch hat. Das ist so dumm. Randa. Weg mit dem. War das schon... War das ein Hop-Boss? Guck mal. Guck mal. Guck mal. Guck mal. Ich ahn's ehrlich, war das denn? Das war richtig schwach. Also das, ich bin echt enttäuscht. Ja, haben wir schon 50% des Games geschafft, obwohl ich gar keinen Plan habe. Also es fühlt sich, also, ja, keine Ahnung. Ich bin noch nicht einmal bei einem Boss gestorben, ne? Noch nicht einmal bei einem Boss gestorben. Weil der sagte, das wird noch schwerer. Lou ist voll der Hater. Du wusstest doch, wie ich zu dem Spiel stehe. Ich hätte ja gerne mal ein bisschen mehr Schaden, aber irgendwie... Was ist das denn? Drei Schaden? Ich habe ein Scaling von B. Also der Schaden ist echt scheiße hier. Ich gehe einfach noch mehr auf Condi, keine Ahnung. Noch mehr Leben. Ich habe keine Ahnung. Das ist Holz, aber ganz schön. Ja! So, und wie mache ich meine S so stärker? Mit irgendeinem hier verbrennen. Hier, nimm es. Das Feuerschwert hat kaum Scaling. Okay, gut. Ich dachte gerade schon. Ich dachte halt, dass wir ja hätte Scaling. Da sind auch immer noch nur vier... Aber wenn du mal aufs Feuerschwert guckst, guck mal, da steht C, D, B. B auf Feuer. Und Nobu meinte, Feuer ist Wille. Naja. Egal. Wo muss ich jetzt hin? Wo geht es weiter? Äh, Bailey meinte das. Sorry. Wo geht es jetzt hier weiter? Hier bestimmt irgendwo, ne? Bin ich hier schon hochgegangen? Ich weiß doch gar nicht mehr, wo ich war. Also da unten bin ich auf jeden Fall lang. Aber bin ich hier oben lang? Oder komme ich hierher? Wo soll ich das wissen? Skoppel! Wo muss ich lang? Ja, sieht so aus, als wäre ich ja neulich gewesen. Ja, ja, hier war ich noch nicht. Wo warst du denn schon? Ja, beim ersten Hauptboss und jetzt gerade beim zweiten Hauptboss. Wer bist du? Hast du mit mir gearbeitet? Wie du es gewohnt hast, ist alles gebrochen, wie du siehst. Bei dieser... ...Gohd-Office-Statue. Heavensabend! Wer dachte ich, das hätte ich rausgekommen? Ich bin in der Beckenheit. Siehst du diese Statue? Ach, hey. Oh, okay. Okay. Das war's. 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 Oh. Das war's. 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 Einfach. Das war's. 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 Ah, okay. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Okay. Aber bald. Das war's. Status. Das war's. 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 ist. Das war's. 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 Very good. Very, very good. Das war's. 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 Und sprung. Das war's. 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 Das war's.